Tachau. Neben Thomas Ovean und Lee. Wiener Prater und Tiergarten Schönbrunn. Schnitzel. Ich bin eigentlich ein Alles-Esser. Von dem her gibt's nichts. Vanille. Viel Blödsinn reden. Normale Straßenschuhe, fünf. Mit meiner Freundin und mit meiner Familie Zeit verbringen. Ich stehe auf, trinke eine Tasse Kaffee und dann gehe ich Zähne putzen. Sergio Ramos. Leidenschaft, Leaderqualitäten und die Mannschaft zusammenhalten. 1-0. Snapchat. Dass ich so schnell wie möglich wieder am Platz stehen kann und das machen kann, was mir Spaß macht. Tore schießen. Tore schießen. Rough Camorra Konzert. Dass ich gesund bin und dass ich hier sein darf. Einer meiner Träume ist natürlich, bald in der Welt ins Arena auflaufen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.